Bernhard Taregger, du hast dich entschieden, per 1. November die Nachfolge von Markus Wolf als CEO von SWISHI anzutreten. Was hat dich persönlich gereizt an dieser neuen beruflichen Herausforderung? Ja, das ist die Herausforderung auch nicht für sich. Die operative Leitung von SWISHI gesamtheitlich dürfen zu übernehmen. Der Verband SWISHI erfolgreich im sportlichen Bereich, im finanziellen Bereich, aber auch strukturell dürfen in die Zukunft führen. Natürlich eine ganz grosse Leidenschaft, denn der Schneesport ist seit jeher ein grosser Teil von mir. Und natürlich einfach diesen guten Plan, die guten Voraussetzungen vom Präsidium, aber auch von Markus Wolf, dürfen weiterzuführen.